Was gucken Sie jetzt bei den Zweigen? Welcher Zweig eignet sich jetzt am ehesten für Schin? Schin war 45 Grad. Wenn ich jetzt einen aufrechten Stiel mache, dann ist es 15 Grad. Also mein Gedanke ist jetzt, die Grundform im aufrechten Stiel zu stecken. Warum man Ike-Bana macht, da gibt es viele Gründe. Einmal ist es natürlich die Kreativität, wobei ich jetzt hier das Glück habe, dass dieser Zweig eigentlich schon die zweite Linie ist. Dann der Umgang mit Pflanzenmaterial liegt bei mir im Blut, in der Familiengeschichte sozusagen. Da waren viele Gärtner. Zwei Drittel von Schin ungefähr. Und Ike ist nochmal die Hälfte oder Hälfte bis zwei Drittel von Säulen. Und was mich besonders fasziniert, sind immer die Linien. Also auch schon beim Spazierengehen sehe ich schon immer bei den Zweigen, in den Bäumen die Linien. Und zum Ike-Bana gekommen bin ich über Keramik. Ich habe Keramik gemacht als Hobby und irgendwann bin ich auf Ike-Bana aufmerksam geworden. Und dann habe ich gedacht, ja, da kannst du wieder Keramik machen zum Ike-Bana. War auch eine Motivation. Aufrechter Grundstil. Ja. 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 Vielen Dank.